4. Thor würde cool bleiben, das schwor er sich, während er in Ravs französischen Arbeitszimmer stand und sich eine geballte Ladung Schwachsinn anhörte. Er würde ein Gesicht aufsetzen, das signalisierte, kein Problem, Chef. Und er würde an den richtigen Stellen nicken und vielleicht ein-, zweimal mit den Schultern zucken. Als wäre es kaum der Rede wert, dass Rav einen allseits bekannten Verbrecher laufen ließ, weil dieser einen Ring geküsst hatte, der ihm überhaupt nichts bedeutete. Als wäre das vollkommen üblich. Kein Grund zur Aufregung. Ach ja, und natürlich war es absolut in Ordnung, die ganze Bande aufzufordern, es ihrem Anführer gleich zu tun. Ganz genau. Einer nach dem anderen. Denn das verringerte das Risiko enorm. Schließlich war es ja nicht so, dass Xor und seine Jungs über sowas wie einen Angriff nachdenken würden. Nicht doch. Warum sollten sie? Dass sich alle. Und ich meine alle. Rav richtete die Panorama-Sonnenbrille auf Thor und schwenkte kurz danach weiter zu Köln. Daran halten. Sobald sie ihren Schwur abgelegt haben, kehren sie ins alte Land zurück. Dann sind wir sie los. Vielleicht, dachte Thor, sollte er sich einfach einen Gewehrlauf in den Mund schieben. Das war effektiver als abzuwarten, ob sein Kopf angesichts dieser dämlichen Idee, die schlicht zum Scheitern verurteilt war, explodieren würde. Als Rav verstummte, herrschte Schweigen im Arbeitszimmer. Ein Hinweis darauf, dass einige der Anwesenden mit ihrer Meinung hinter dem Berg hielten. Thor schielte zu Köln. Der Bruder starrte auf seine Springerstiefel, als würde er nach Webfehlern in den Schnürsenkeln suchen. Thor richtete den Blick wieder auf Rav. Der König meinte es todernst mit seinem hirnrissigen Plan. Sein Kiefer trat entschlossen hervor. Seine ganze Haltung sagte aus, »Kommt mir bloß nicht blöd!« Und obwohl es den anderen Brüdern nicht schmeckte, würden sie sich fügen. Nicht, weil sie Waschlappen waren, sondern weil sie Rav kannten und wussten, dass er nicht nachgeben würde und weil sie ihre Aufgabe als Leibgarde des Königs sehr ernst nahmen. Sie würden alles tun, um diesen Kerl am Leben zu halten. Selbst wenn er in irgendein Haus spazierte und von Xors Bande erwartete, niederzuknien, wie eine Gruppe menschlicher Tölpel beim Heiratsantrag. Dabei waren Schwüre von Männern ohne Ehre keinen Pfifferling wert. »Gut«, brummte Rav. »Es freut mich, dass ihr alle hinter mir steht.« Ein paar der Brüder höchstelten verlegen und scharrten mit den Stiefeln. Vicious zündete sich eine neue Zigarette an und Batsch kramte den großen Jesusanhänger aus dem Hemd und rieb ihn zwischen Daumen und Zeigefingern, als würde er im Stillen beten. Kluger Kerl. Dann wandte Rav sich dem normalen Tagesgeschäft zu, als wäre alles in bester Ordnung. Der aktuelle Dienstplan. Die nächste Waffenbestellung. Der Stand beim Trainingsprogramm. »Jetzt zum Schneesturm!« Rav schüttelte den Kopf. »Es ist scheußlich da draußen. Alle Einsätze sind hiermit abgesagt. Ihr habt schneefrei, ihr Arschlöcher!« Es folgte zustimmendes Gemurmel. Dann war das Treffen beendet. Thor wollte als Erster aus dem Arbeitszimmer stürmen, denn die Wut schnürte ihm die Kehle zu. Doch er riss sich zusammen und mischte sich noch ein Weilchen unter die Brüder, wie er es immer tat. Nur das Reden sparte er sich, aus Angst, sich zu verraten. Stattdessen gab er vor, als interessierte es ihn brennend, was die anderen so geplant hatten. Pool-Tournier, Pokern, Drinks, neue Eisbecher-Variationen kreieren. Der letzte Vorschlag kam natürlich von Rage. Thor wartete, bis sich die Gelegenheit ergab, auf die er gehofft hatte. Coen verließ das Arbeitszimmer als letzter und sah aus wie ein Profi-Rustler auf der Suche nach einem Ring. Als er an Thor vorbeikam, fuhr dieser die Schulter aus, sodass sie einander anrempelten. Coen hob den Blick und Thor sah fest in die verschiedenfarbigen Augen des Bruders. In zehn Minuten in der Garage raunte er ihm zu. Überrascht hob Coen die Brauen, doch er hatte sich schnell wieder gefangen. Kaum merklich nickte er. Anschließend gingen sie getrennter Wege. Ein paar Türen von dem fröhlichen Treiben im königlichen Arbeitszimmer entfernt, erwachte Tress in seinem Bett. Er war klug genug, keine schnellen Bewegungen zu machen oder sich zu früh darüber zu freuen, dass in seinem Magen keine schäumende See mehr tobte. Die Nagelprobe stand noch bevor. Dann nämlich, wenn er sich aufsetzte. Aber nachdem er gerade zwölf Stunden lang flach auf dem Rücken gelegen und sich gefühlt hatte, als hätte ihn ein Lastwagen überrollt, hatte er es nicht übermäßig eilig, das Schicksal rauszufordern und sich hochzurappeln. Allerdings konnte er auch nicht ewig so liegen bleiben. Langsam hob er den Oberkörper von der Matratze und versuchte dabei nicht auf jede kleinste Regung in der Magengegend oder im Kopf zu achten. Es hatte keinen Zweck, Prognosen zu... Scheiße! Was ist das? Truss fuhr so heftig zusammen, dass er mit dem Hinterkopf gegen das Kopfbrett knallte, was ihn prompt daran erinnerte, wie er den Tag verbracht hatte. Jemand saß in seinem Zimmer, auf dem Stuhl in der Ecke. Willst du mich verarschen? fluchte Truss und rieb sich den Hinterkopf. Ernsthaft? Was soll der Scheiß? Die Gestalt erinnerte ihn an eine Vogelscheuche, bekleidet mit einer Blue Jeans, dem Nirvana-T-Shirt, das Lasseter neulich getragen hatte, und zwei Nikes, weiß der Himmel, womit man die ausgestopft hatte. Lasseters Kopf war ein Nylonsack, der eigentlich für Kartoffeln gedacht war. Und das schwarzblonde Haar bestand aus knielangen Business-Socken, vermutlich von Bartsch und den Fransen eines Wischmops, die mit Sicherheitsnadeln angeheftet waren. Um den Hals hing ein handgeschriebenes Schild mit der Aufschrift »Der Chef war hier«, »Oh, Mann!« Truss schob die Beine aus dem Bett und gab seinem Puls Gelegenheit, wieder unter 200 zu sinken. »Dann war es Zeit fürs Bad!« Erleichtert stellte er fest, dass sich seine Migräne tatsächlich beruhigt hatte. Der Amboss, der auf der rechten Seite seines Kopfes gestanden hatte, war verschwunden. Sein Magen knurrte heftig. Nachdem er sich geduscht, rasiert und frisch angezogen hatte, war er wieder bereit, sich seinen Aufgaben zu stellen. Also ins Shadows zu gehen und nach dem Rechten zu sehen. Doch zuerst nahm er sein Handy und rief seinen Bruder an. I.M. antwortete beim ersten Klingeln. »Wie geht's dir?« wollte er wissen. »Ich bin noch am Leben.« »Das ist gut.« »Und?« »Und was?« fragte I.M. Obwohl er genau wusste, worauf Tress hinaus wollte. Als sein Bruder beharrlich schwieg, murmelte I.M. einige sehr unschöne Worte. »Tress! Wirklich! Hör auf damit!« »Kann ich nicht. Tut mir leid. Also, würdest du bitte diese Vampiren einstellen?« Es folgte ausgedehntes Schweigen. Vermutlich hoffte I.M., sein Bruder würde doch noch zur Vernunft kommen. Aber der ließ sich nicht beirren. Tress würde seinen Willen durchsetzen und Therese würde die Stelle im Serts bekommen. »In Ordnung«, brummte I.M. »Ich geb ihr den Job. Bist du jetzt glücklich?« »Weit davon entfernt.« »Ja.« »Danke, I.M. Es ist die richtige Entscheidung.« »Tatsächlich?« »Ich weiß nicht, ob es uns weiterbringt, wenn du Kontakt zu dieser Frau hast.« Truss schloss die Augen und erinnerte sich daran, wie sich ihre Lippen angefühlt hatten. Wie sie geschmeckt hatten. An ihren Duft, der durch die kalte Luft in seine Nase geströmt war. In sein Inneres. Ein Anfall von Übelkeit verscheuchte die selige Erinnerung aus seinem Kopf. »Keine Sorge. Ich werde sie nicht belästigen.« »Ja, ja«, knurrte I.M. Nach dem Gespräch wandte sich Truss wütend dem falschen Engel in der Ecke zu. »Komm raus, Lasseter«, sagte er laut. »Ich weiß genau, dass du hier irgendwo bist.« Er wartete darauf, dass der Engel durch die Tür kam. Aus dem begehbaren Schrank. Unter dem Bett hervorkroch. Der Kerl war immer in der Nähe, ob es einem gefiel oder nicht. Doch er wurde enttäuscht. Auch zehn Minuten später war noch kein Engel aufgetaucht. »Typisch«, dachte Truss. »Wenn man ihn mal brauchte, war er natürlich nicht da.« Er zog ein frisches Sakko an und trat hinaus auf den Flur. Auf dem Weg zur Treppe zückte er erneut sein Handy und schrieb eine Nachricht an Xex. Zu seiner Überraschung antwortete sie umgehend. Dabei überprüfte sie um diese Zeit normalerweise den Bestand an der Bar. »Ah, verstanden, Schneesturm, Club geschlossen, Verkehrschaos in der Stadt.« In der Eingangshalle angekommen, überquerte Truss das Bodenmosaik mit dem blühenden Apfelbaum und lief auf das Billardzimmer zu, wo ungefähr zwei Drittel der Bruderschaft mit Köse und Drinks in den Händen rumstanden. Batsch kam auf ihn zu, wie immer super schick gekleidet und fragte, »Spielst du mit? Willst du was trinken?« Bevor er antworten konnte, tauchte Xex hinter der Bar auf. »Ich habe das Shadows heute nicht aufgemacht.« Die Türsteher haben angerufen und gesagt, sie wüssten nicht, wie sie durch die Stadt kommen sollen. Die Barkeeper genauso. Und die Mädels. Nur die Getränkelieferung ist gekommen. Und der DJ war da. Aber nur, weil er sich letzte Nacht so abgeschossen hat, dass er hinten im Club schlafen musste. Truss winkte Batschs Frage ab und wandte sich Xex zu. »Ich glaube, wir hatten noch nie an einem Donnerstag geschlossen.« »Einmal ist immer das erste Mal.« »Ist das Wetter wirklich so schlimm?« »Sieh es dir selbst an.« Xex nickte mit dem Kinn zu einem der acht bodenhohen Sprossenfenster und Truss nutzte die Gelegenheit, dem Trubel zu entgehen und einen würdevollen Rückzug aus dem Billardzimmer und von der Gesellschaft einzuleiten. Er liebte die Brüder. Aber in dem sensiblen Zustand nach einem Migräneanfall waren ihr Gequatsche und das Gelächter, das Klackern der Billardkugeln, J.Cool und Kendrick Lamar aus den Lautsprechern einfach zu viel für ihn. Er wählte das Fenster, das dem Bodendurchgang zur Eingangshalle am nächsten lag, schob den Vorhang zur Seite und blickte in den Hof. Oder das, was davon zu erkennen war. Die Flocken fielen so dicht, dass er kaum weiter als einen halben Meter sah. Und allem Anschein nach schneite es schon eine ganze Weile. Im Licht der Außenbeleuchtung wirkte es fast, als hätte man eine schwere, weiße Plane über die gewohnten Konturen gelegt. Das Dach der Höhle, die hoch aufragenden Kiefern auf dem Berg, die Autos, die hinter dem Brunnen parkten. Alles war unter einer 30 Zentimeter dicken Schneedecke begraben. Erst nahm er sie gar nicht wahr, die Erscheinung, die sich mit ihrer weißen Robe und der Kapuze kaum von der Umgebung abhob. Doch dann bemerkte er ein Loch im Schneegestöber und Wirbel, die sich um eine Gestalt herum bildeten, die ihn ansah. Mit einem Schlag wich alles Blut aus seinem Kopf. Selina, flüsterte er, ist das... Es schneit sonst nie so stark um diese Jahreszeit, murmelte Xex, die lautlos an seine Seite getreten war. Truss sprang fast an die Decke vor Schreck. Doch sogleich blickte er wieder durch das Fenster. Die Gestalt war verschwunden. Truss fragte Xex. In diesem Moment klingelte es an der Tür. Truss stürmte aus dem Billardzimmer durch die Eingangshalle an die schwere Pforte und zerrte sie auf. Die auserwählte Leila stand davor und wich erschrocken zurück. Dabei rutschte ihre weiße Kapuze vom Kopf und entblößte ihr blondes Haar. Und Schnee fiel von ihrer Robe. Ich bin befugt, hier zu sein, sagte sie und hob abwehrend die Hände, als bedrohte er sie mit einer Waffe. Ich hab die Erlaubnis des Königs. Frag ihn ruhig. Truss ließ die Schultern sinken und musste kurz die Augen schließen. Nein, ja, natürlich, komm rein. Er trat zur Seite und wunderte sich, warum sie so in die Defensive gegangen war oder was sie in einer solchen Nacht draußen zu schaffen hatte. Doch mit diesen Fragen hielt er sich nicht auf. Er hatte sie für Selena gehalten, als er sie vom Fenster ausgesehen hatte. Er hatte geglaubt, seine Schellen wäre von den Toten auferstanden, um ihn zu besuchen. Was verrückt war. Total durchgeknallt. Ich weiß nicht, ob es uns weiterbringt, wenn du Kontakt zu dieser Frau hast. Ach, sei doch still, brummte er. Wie bitte? fragte Leila. Scheiße, tut mir leid. Er rieb sich das Gesicht. Ich führe selbst Gespräche. Ja, weil er überhaupt nicht den Verstand verlor, oder so. Nicht doch. Wer würde sowas denken? Gütiger Schleier. Er musste sich zusammenreißen, bevor er völlig irre wurde. Und er... ... ...